hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen video ich habe heute mal ein action hall schrägstrich teddy ich habe ein paar teile auch von teddy jetzt hier liegen und die möchte ich gerne mal zeigen ich glaube im action hall das ist echt ewig her bei mir und es gibt noch zwei besonderheiten die werdet ihr jetzt im laufe des videos erfahren wir fangen jetzt aber erstmal an mit den sachen von teddy da haben wir das schon abgearbeitet da habe ich jetzt erst diese nähclips also diese stoffklammern ich wollte jetzt gerne mal probieren deswegen habe ich mir so ein 10er pack da einfach mal mitgenommen für 1,50 kann man jetzt nicht groß meckern bei dem preis wenn man viel bastelt und sowas kann man holzleim im markt immer gebrauchen ich verdünne ihn ja meistens sogar mit wasser weil er sehr sehr gut klebt und die kosten jetzt jeweils immer 1 euro also ich kann euch nur empfehlen wenn ihr mal im teddy seid dass ihr euch auch mal diesen holzleim mit nehmt ich finde ihn wirklich sehr gut und man kann ihn auch echt für eigentlich so gut wie alles benutzen und die letzten beiden sachen die ich hier noch mit habe sind schlüsselringe da habe ich einmal hier diese clipper und dann normale ringe noch mal die man aber auch super miteinander verbinden kann finde ich eigentlich kosten jeweils 1 euro hier sind acht drin und hier vier stück zum probieren finde ich das ganz okay auf dauer wahrscheinlich ein bisschen teuer aber wenn man das mal probieren möchte würde ich euch die hier empfehlen bevor ihr euch nicht großpackung kauft oder so und dann kommen wir auch schon zum action habe ich mir hier so washi tape bestellt bestellt gekauft natürlich einmal in gold weiß und einmal in so einem silber rosé weiß finde ich ganz schick die farben das würde mich aber mal interessieren ich mach das mal auf ob diese rosé goldene ledierung wie man es auch nennen will auch drauf bleibt ich hab das schon ganz oft gehabt bei washi tapes egal von wo dass das silberne das rosé goldene oder das goldene abgäng aber es bleibt dran meistens ging das nämlich schon beim abziehen ab und das finde ich dann immer so schade wenn man dafür geld ausgibt und ja man kriegt es nicht ordentlich von der rolle oder so ist dann irgendwie ein bisschen uncool probieren wir nochmal auf der seite das geht auch das ist schon mal sehr sehr gut und ich finde die farben einfach total schön zurzeit bin ich voll auf diesem rosé gold gold trip probieren wir nochmal die anderen aus da haben wir jetzt eben dieses goldene und da sieht man das vielleicht dass sich das so ganz leicht ablöst genau das kann man ganz gut sehen glaube ich kann auch an dem an der machart sein nee aber das ist wirklich glaube es gehört nicht so würde ich jetzt behaupten wenn man es jetzt so aufklebt sieht man es nicht hält man es gegen das licht sieht man das also so sieht man da wirklich gar nichts von also man kann damit leben wenn man das irgendwo gegen klebt man sollte vielleicht nicht aufs fenster oder so kleben oder auf ein windlicht dann würde es natürlich gleich wieder auffallen das wäre ein bisschen schade gucken wir noch mal bei den anderen da ist das besser jetzt will ich aber auch noch die punkte wissen wenn ich jetzt eh schon dabei bin aber nö das bleibt auch so schön also es ist wirklich nur das gestreifte was so ein bisschen an farbe verliert beim abziehen also man kann da eigentlich nicht mehr kann die kosten ja irgendwie gerade mal 70 80 cent da kann man dann wirklich nicht mehr kann ich habe jetzt schon mal geguckt pro dreierpack 79 cent also man kann wirklich nicht mehr kann dann wie immer habe ich mir gleich zwei von diesen klebebändern mitgenommen es ist doppelte dieses klebeband und so richtig schön dünn das mag ich ganz gerne weil es einfach klein bzw dünn und man kann es schnell irgendwo geben kleben ohne das groß zuschneiden zu müssen eins kostet 31 cent kann man auch überhaupt nicht mehr kann und die qualität ist wirklich gut ich nutze es jetzt bestimmt schon seit ein zwei jahren also wirklich schon lange und bin immer noch sehr sehr begeistert davon dann habe ich mir knöpfe mitgenommen das sind immer 152 stück für 89 cent die tüte einmal in grau schwarz und einmal in so verschiedenen grünen türen die ich sehr sehr schön finde wie man gerade an meinem nagellack auch sieht immer so ganz nebenbei erwähnt die möchte ich gerne für ein diy projekt haben wofür es auch kein video geben wird und deswegen dachte ich mir ist es ganz schön wenn man gleich so richtige farbgruppen immer hat man hat ja nicht so ein von jeder farbe ein bisschen sondern wirklich nur so eine farbe eine farbe in verschiedenen abstufungen und das gefällt mir sehr gut und deswegen habe ich da gleich vier stück von mitgenommen dann einmal so zum mitnehmen papierklammern für 59 cent da sind jetzt ein paar stück drin ich weiß gar nicht wie viele 12 sind da drin die nutze ich manchmal zum beispiel auch fürs nähen wenn ich keine stoffklammern habe bis gerade eben habe ich keine besessen deswegen habe ich die auch immer ganz gerne genommen und habe mir jetzt einfach noch mal als ersatz noch mal so ein kleines gläschen mitgenommen sind natürlich auch ganz cool man kann ja auch super für fotos nehmen um die an die wand zu bringen ist auch eine ganz witzige idee wenn man die an so nägel hängt und dann da so ganz viele fotos untereinander sieht auch sehr schick aus okay ein bisschen spielkram musste auch sein das sind radiergummis vier stück könnt ihr hier sehen kosten 79 cent also man kann da jetzt nicht groß meckern aber ich fand die so witzig und wenn ich sie mir nur auf dem schreibtisch stellen finde ich sie cool und deswegen mussten die einfach mit die gab es auch in drei verschiedenen varianten glaube ich und in rosa haben sie mir einfach am besten gefallen dann haben wir hier zwei bastel blöcke kosten jeweils 1,54 das stück und da sind 24 bilder drin ich finde sehr schöne man kann da so ganz toll jetzt auch so für für den kommenden herbst eigentlich schon so tolle teelichthalter mit basteln das ist nämlich so durchsichtiges papier mit ganz tollem design wie ich finde für 1,54 dachte ich nehme ich das jetzt einfach mal mit und probiere mich dann mal ein bisschen aus dann habe ich hier nämlich noch eins mit sprüchen was man natürlich auch super für irgendwelche deko nehmen kann sind ganz viele verschiedene sprüche drin und ich mag sowas ja sehr gerne ich bin ja ein absoluter sprüchefreund daher durfte das jetzt eben auch noch mal mit und ja mal gucken was wir daraus machen würde ich sagen die allseits bekannten heißkleber pistolen sticks für 99 cent sind jetzt hier zehn stück drin ich bin ja ein absoluter heißkleber junkie also ich muss es ehrlich zugeben ich klebe so viel mit heißkleber dass ich echt einen guten verbrauch habe aber ich bin auch wirklich total begeistert von heißklebern deswegen mussten jetzt mal wieder neue ersatzpatronen mit die sind jetzt ein bisschen gelblich finde ich nicht schlimm also meistens sieht man das ja eh nicht wo geklebt wurde und wenn ich jetzt wirklich was mache aus richtig heißkleber so wie ich habe mal frühlings deko anhänger gehängt mal gucken ob ich daran denke dann verlinke ich euch das hier da habe ich natürlich darauf geachtet dass ich richtig durchsichtigen habe beziehungsweise dann ist er ja so so kräulich dann sieht er eben so hier aus und dafür würde ich dann eben eher den hier nehmen aber für sachen die man jetzt nicht groß sieht nehme ich den und dafür langt er wirklich komplett kommen wir zu dem ersten kleinen special in diesem video ich habe hier zwei lichtboxen gekauft die ich gerne mit euch machen möchte die werde ich in einem extra video mit euch machen dann können wir das zusammen aufbauen und und eine davon werde ich an euch verlosen ihr würdet ihr werdet also eine davon bekommen ich weiß noch nicht welche ich mir mache ich denke mal ich werde die für mich nehmen und die werde ich dann verlosen da sind dann verschiedene sprüche hier drin drei verschiedene hier auch und es soll alles dabei sein damit es am ende halt so aussieht ich kann es euch nicht sagen es ist das erste mal dass wir das jetzt so machen werden und ich bin gespannt ob ihr Lust dazu habt könnt ihr gerne unten in die kommentare schreiben wenn ihr total Lust drauf habt mit mir zusammen dieses projekt zu machen also ich werde eins mit euch aufnehmen in einem extra video und auch in dem video dann das andere verlosen ja soviel zudem ich habe noch ein DIY set mitgenommen und zwar habe ich das hier noch einmal mitgenommen finde ich auch ganz witzig mit diesen taschen bedrucken und auch da werden wir dann wieder ein video von machen bzw ich werde ein video machen in dem ich diese tasche bedruckt und in dem gleichen video könnt ihr dann nämlich eine gewinnen also ein so ein ganzes set keine fertige die könnt ihr euch dann selber machen ich drehe das mal um damit ihr mal sehen könnt was da so drin ist da haben wir den schwamm die tasche vier verschiedene stoffmalfarben einmal das große und dann noch so vier kleine finde ich ganz witzig die idee ich bin gespannt wie es funktioniert aber das werden wir jetzt zusammen machen ich werde probieren gleich am donnerstag das erste DIY video für euch hoch zu laden indem wir dann eben schon eins der jeweiligen sets gewinnen und als letztes habe ich mir so einen tisch planer mitgenommen erstmal finde ich den spruch total toll today is a perfect day to be happy finde ich total schön den spruch jetzt wollen wir da mal reingucken so jetzt haben wir ihn mal ausgepackt kostentute 1,59 was ich jetzt so schön fand dass es keine vorgedruckten daten drin sind das sind wirklich nur die verschiedenen tage und man kann sich hier selbst die woche eintragen ich wollte eigentlich ein buchkalender haben also so ein schüler kalender weil ich die einfach so schön finde aber die laufen fangen alle erst im august an wir haben jetzt juni ich wollte es auch nicht ewig warten ich wollte gerne was für meine video planung haben und auch so für die ganzen privaten termine und deswegen habe ich mir jetzt den hier geholt das schöne ist eben dass man selbst gucken kann wann man anfangen möchte und wann nicht dann haben wir hier auch gleichzeitig oben eine to do list was ich sehr gut finde ich bin ein mensch der sich immer ganz ganz viel vornimmt aber irgendwie nur die hälfte schafft deswegen haben wir hier die to do list und nochmal für so allgemeine notizen haben wir auch hier was ich finde ihn sehr schön weil er auch sehr schlicht gehalten ist man kann sich das selber ein bisschen zusammen mursteln ausmalen bekleben wie man lust hat und das gefällt mir sehr gut das mag ich ganz gerne wenn die sehr schlicht sind und ich mich selbst ein bisschen austoben kann ja und das war es auch das war alles was ich gekauft habe ich bin so gespannt was ihr sagt ob ihr bock habt auch auf diese DIY pakete wenn ich es schaffe kommt gleich am donnerstag also übermorgen ein video dazu online und wir machen dann als erstes denke ich die lampe genau wir werden anfangen mit der lichtbox und die könnt ihr dann eben auch gleichzeitig gewinnen in dem video und dann sage ich danke fürs zuschauen und freue mich aufs nächste video mit euch tschüss ihr lieben bis zum nächsten Mal